Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal den Modusjäger Staffel und wir spielen heute mit besonderen Gästen und zwar dem Drachenburschen. So ist es, Hallöchen. Und dem Darkseid. Hallo. So, schon angefangen. Rebellen Staffel, genau. Wir haben uns gesagt, wir geben mal ein bisschen hier... Ist aber auch schon fast vorbei der Modi wieder, ne? 40 Sekunden noch? Oh, stimmt, ja. Schade, dabei wollten wir ja unbedingt einen Jäger Staffel. Ah, schade. Nächstes Mal vielleicht. Ja, 1-Kill-Kill da, 1-Kill-Kill da. Wir haben meisten Macht. Oh, oh, der fliegt doch zu gut hier vor mir. Das Problem, der hat das dann mehr drauf. Oh, Rakete! Nein, 80, schade, hab ich ihn gemacht. Die A-Rings sind so stark hier in dem Modi, ey. Warte mal, kriegst du ihn? Ah, vorne ist auch der. Ich sag's ja, genau mein Modi. Sieben Sekunden noch. Komm, eingehen, geh doch. Nein, 20 Punkte, kill. Nein, schon wieder tot. Wie schaffe ich das eigentlich immer so schnell zu sterben? Frag mich mal, ey. Und da ist der Millennium Falcon. Es wurde hier verlängert. Ach, das war verlängert, das stimmt. Es geht in die Verlängerung. Tja, zu Trügel freut. Oh, der Wolkenbank ist ja extrem langsam. Ja, der Millennium Falcon hat mich übrigens schon geholt. Nein, Wolkenwagen nehme ich nicht. Ich mag den nicht. Mein Gegner hat sich gerade selbst getötet, anstatt sich getötet zu lassen. Hauptsache mir keine Punkte geben. Ja, ja. Oh, ausweichen, 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 ausweichen. Wo ist da jemand? Wo ist da jemand? Wo ist da jemand? Ah, den hab ich gesehen. Playlaving, Dinosaurier-Gamer. Hat bei uns einer die Slave 1? Ne. Ne. Wollen wir mal gucken. Vielleicht findet man die ja irgendwo. Ich bin jetzt mal mit Darkseid verpartnert. Mach mal was. Ob das eine gute Idee war. Ja, für dich nicht. Oh, mein erster Kill, yippie. Ja, genau bei mir auch, genau jetzt. Glückwunsch. Danke dir auch. Oh, da kann dein B-Winger mir vorbeigehen. Also ich hab so den Eindruck, ich kann die Jäger-Staffel von uns noch am besten. Ja, ich seh schon, die 3-1 hier haste. Ja. Ich find's nicht so schlimm. Die anderen sind nur 3 mehr, es liegt nur daran. Es liegt nur daran. Vor allem der T-Jäger ist so langsam gefühlt, ne? Du kommst gar nicht mit ihm voran. Das ist einfach noch so'n Speed-Bonus. Ja. Ja, Clave-Wonderbricks ist gerade mir vorbei, fliegt auch nicht zu. Ja, das bin ich. Ah, die, die... Guck. Guck. Einfach nur gerade laut... Ah, ich geh gleich drauf hier. Wow 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 wow. Ausweichen! Ausweichen! ua, ausweichen! Weg hier! Muss ja weg! Uh. Der Wolkenwagen will mich. Du ihn nicht. Ne? Ich ihn nicht. Wird sofort immer anvisiert. Das gibt's gar nicht. Äh, ich piepe schon. Bei mir piepst's wohl. Es geht auch gar nichts, ey Ich hab auch ewig nicht mehr gespielt, den Modus Die Jägerstaffel Ich glaub noch zu Release-Zeiten oder so Hab ich das letzte Mal gespielt Ja, ich hatte die DLCs mal gespielt, dadurch Ich hab alle DLCs und alle Modi mal gespielt hab Wo sie neu rauskamen immer Ich hatte ja auch immer Battlefront Pausen gemacht Also jetzt nicht wie jetzt, wo ich's regelmäßig spiel Sondern immer wieder Pausen gemacht gehabt Und dann eben wieder nur gespielt, wo die DLCs rauskommen Aber mittlerweile spielst du ja wieder durchgängig Macht eigentlich auch noch Laune So, dass ihr immer natürlich so gute Mitspieler hier habt Och, wie nett Ja, ich will ja, dass ihr wieder mit mir spielt Gerne Nein TNT hat mich in die Luft gesprengt Ja, passend Komm schon, komm schon, komm schon Nein, der ist fast tot Der ist fast tot gewesen Mann, Mann, Mann TNT weiß, was er tut Er ist zweiter bei denen Boah, 14,2 hat, ja Der spielt schon länger Das ist nur, weil wir in die eher später reingekommen sind Ja, das stimmt Sonst hätten wir das auch alle Rakete, Rakete Wieso Hey, wieso war meine Rakete denn nicht aufgeladen? Na, TNT schon wieder Was macht der eigentlich? Ach, der hat die Schuttschöne jetzt Was macht der besser auf jeden Fall? 2 zu 7 Aua, aua Aber man kriegt trotzdem halbwegs Punkte eigentlich in dem Modus Mhm Selbst wenn man nichts drauf hat wie ich Kann man doch den ein oder anderen Punkt noch abholen Hier sind die da unten alle Da unten alle Is auch immer zu viel daneben Ah, jey, kill Wir sind ja gleich auf, ey Ich habe auch schon drei Ja, warte, ich bin aber an meinem vierten dran Mein vierter fliegt noch weg Oh 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 oh! Ah jetzt kommt! Ah Mist. Mir wurde immer gesagt, wenn man... Ich bin jetzt reingeflogen, sogar in eines hat nicht geholfen. Mann die gehen einfach nicht kaputt. Ich hab so gar jetzt gerade einen Bot zerstört. Die bringen immer weniger Punkte, gell? Ja ich ihm ja. TNT wieder, ey. Ah Mann, er fliegt echt super, der Typ. Vor allem der hat ja nicht mal ein Heldenschiff oder so, stelle ich mir vor der hat aber ein Heldenschiff. Jaa. Da wird es natürlich dann ganz übel werden. So jetzt mal eine Rakete, oder? Na wieder! Racketen sind mir auch nicht vergönnt. Irgendwie da irgendwas zu reißen mit denen Nein, nein, nein Ja Mal ein bisschen Rasen Falken ärgern Wenn man sonst schon nichts kann Oh, überhitzt, nein, das wäre mein Kill gewesen Jawohl, Wyving abgeschossen Oh man Es geht, dass hier Wyvings unterwegs sind Aber selber fliegen kann man sie ja leider nicht Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man hier keine Wyvings fliegen kann Wenn es die schon gibt im Spiel Genauso wie die B-Wings oder so Für was bauen sie denn ein Spiel ein, wenn man so dann nicht spielen kann Also das ist schon ein bisschen dämlich Wahrscheinlich Ich weiß nicht, vielleicht ist denen einfach nichts eingefallen Für die Imperialen dann Obwohl, da hätten sie den Teibomber dann auch ein Eben, den Teibomber, dass der halt dann mehr Torpedos Oder sowas hat Irgendwann wäre ja schon gegangen eigentlich Nein, nein, nein Aha Gut, den Namen spreche ich jetzt nicht aus Foze hieß er, foze Ich betone das jetzt mal so Kann man ja auch nicht anders betonen Nee, das muss man genauso betonen Jetzt hat, ich visier ihn an, ich hab ihn, ja jetzt hat, partnergerecht auch noch Sehr gut Das ist krass, wenn man hier für einen Abschluss einer 500 Punkte bekommt Das ist schon was anderes als in den anderen Modi Wo da für einen Kill vielleicht mal 100 bekommt Und den nächsten Abschluss, ja jetzt aber Und auch den dritten dran, komm, den dritten auch noch Hä, ich hab das Ding noch anvisiert Wo sind die denn hier? Ich muss mal ein Beaming abschießen, wenn wir was Neues machen Der Beaming will nicht abgeschossen werden Ich hab gerade einen abgeschossen Der Andri und Birgit Ich weiß nicht, Andri kann nie entscheiden, ob Andri oder Birgit heißen soll 83, wir liegen ganz schön hinten, gell? Ja Bei 400 Punkten ist aus, oder? Äh, ja, ich glaub schon Bei 400 Punkten ist aus Boah, die fliegen aber auch echt gut, die Gegner Ist auch geil Ich hab ihn nicht mal gelb anvisiert, aber trotzdem getroffen Er hat ja schon wieder ein Schild Er hat gerade eben schon ein Schild angemacht Wie auf kann er denn seinen blöden Schild machen? Gefühlt ja 20 Mal, ja? Oft, zu oft Jetzt ist er immer noch nicht Ich hab den Kollegen von uns in mich reingeflogen Vier Punkte brauchen sie noch Na Oh Mann, ey Na Schade Ich glaub ich war sogar der Letzte Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Ja, Jägerstaffel können wir, glaub ich Geübt, geübt Geübt, ja Profispeller Aber gut, es gibt ja noch andere Modi hier Und wir haben ja Zufallsmodi ausgewählt Das heißt, es kann Ne, das kommt, glaub ich, nur einmal immer dran, Jägerstaffel Ich glaub, da kommt keine Rückrunde normalerweise Ja, die wird auch Dadurch, dass es länger geworden ist Und jetzt insgesamt Ja, das reicht auch Ne, aber dadurch, dass es länger geworden ist Die einzelnen Jägerstaffeldinger Dadurch muss man mehr killen Dadurch haben sie jetzt dann dafür keine Rückrunde mehr eingebaut Das heißt, wir sind jetzt gleich In der Wolkenstadt irgendwo unterwegs Mit hoher Wahrscheinlichkeit Und werden da Und gegenseitig Äh, ne, natürlich nicht gegenseitig Sondern die Gegner Erledigen Jawohl Auf geht's Bei Sabotage vielleicht Mal gucken Mal gucken Los geht's in die nächste Runde Sabotage im Palast des Administrators Los geht's Wir müssen hier die Dinge aktivieren Die Generatoren Wir müssen ja sozusagen ausschalten Aktiviert sind sie schon Auch wenn da steht aktivieren Das ist immer so ein bisschen missverständlich Ja, ja Wie viele Helden kriegt man eigentlich Die drei oder vier In dem Modus Vier glaube ich Vier sogar TNT ist jetzt mein Partner Das ist gut Der hat mich von die ganze Zeit abgeschossen Das ist eine tolle Partnerschaft Das ist ja super, dass der bei uns ist Ja Hätte ungern Bock auf ihn jetzt Ich glaube das führt zur Scheidung Hier oben war doch einer gewesen Ach Gott Wird hart geballert Aber ich sehe keine Gegner Doch hier oben Da oben, okay Da oben fliegen schon die Granaten Nein, der macht ja seinen blöden Schild an Na, wir haben schon den ersten Helden gleich Da war einer Jawohl Meilung, Meilung Nein Ich hab gedacht ich schaff's noch um die Ecke rum Aber ich hab's nicht mehr um die Ecke rum geschafft Ich hätte noch Sperrfeuer einpacken sollen Das ist auch glaube ich ganz gut gewesen Welchen Punkt greift ihr gerade an? Ich wollte eigentlich Ich wollte zu A rüberlaufen, ja Ich bin bei B, also haben wir uns super aufgeteilt Ja, perfekt Jeder geht zu einem Punkt Und keiner schafft seinen Punkt einzeln Alles richtig gemacht Jetzt gehe ich doch zu A, weil Das gerade am nächsten ist Na, ich gehe auch mal zu A Das haben wir auch schon Oh, ich bin tot Super Oh, jetzt kommen sie da zu dritt aufpassen Bei A Ah Nein Nein Oh nee, oh nee, oh nee Oh Gott, oh Gott, oh Gott Jawohl, ich hab alle drei Was? Alle drei weggauen Ich erwischt der erste, den ich sehe und der haut da drei Das war, weil ich nur Glück gehabt habe, die haben, ich glaube ich UAH Wieder auf einer Seite, das finde ich schluss Ich habe gerade gesehen, wie du gestorben bist Ja, der Schrei Ja, wenn man so überrascht ist, wenn einer um die Ecke kommt, man erwartet das gar nicht Was? Die Granate habe ich ja wohl reingeworfen Lüge Ach, warum kriege ich den denn nicht? Ja, Kopfschuss Nein, da ist noch einer Nein Oh Mann, X-Melvin schon wieder X-Melvin hat mich auch besonders gerne Ich würde ja gerne einen Partnerstart machen, aber mein Partnerstart ist leider Nicht möglich, weil mein Partner auch schon wieder Dem Erdboden gleich gemacht wurde Oh Gott, oh Gott, oh ein Hellenboden Oh, ich sehe was Schönes Ich sehe was Schönes 77 Meter kriege ich nie und nimmer Nein, Tommy, hau ab da Das kann nicht wahr sein Ich habe es nicht, ich habe es nicht Und hier boxt Das hat der andere bekommen Oh, das haben wir uns gleich gedacht Da war einer, da war einer Hol ihn dir, hol ihn dir Nein, lass eine Granate aufpassen Ich habe eine intelligentere Rakete, wenigstens etwas Nein, ich du es schon wieder Es ist immer der gleiche Es ist immer Melvin Es ist immer Melvin Der hat dich lieb Ja, ich ihn aber nicht So, dann nehmen wir mal eine andere Waffe Geh wir auf den EE3 Oh, wieder hier Bei Gas Sieben Minuten haben wir noch Ah, den einen haben wir, C haben wir fast Ich bin bei A jetzt gerade hier Guck mal, ob ich den halt kann Okay, C wird gleich gesprungen Aber wir müssen ja nur einsprengen, oder? Ne, wir müssen alle drei, alle drei Alle drei, okay Ja Wohl, einen haben wir, schön Ich versuch's mal zu B, aber ich glaube, da sind wieder so ein paar Ah, ist so knapp Die sind überall, ey So, kommt einmal, ja, ich konnte mich an Melvin rächen, endlich Danke, du hast mir das Leben gerettet, glaube ich Gerne, ich halte mich sogar noch dann recht Links vor dir, links vor dir Oh, ich roll Wo ist der denn? Ah, der Tag kommt jetzt mit zwei raus, gell? Oh, ich habe doch die Bugs rausgeholen Nein, der dreht sich einmal um Und hat ein C, die man achtst kann Und schießt mich direkt oben mit dem C, die hat sogar Oh, ich bin noch an der Ecke Bleib mal bei Chewie hier So, da kommt gerade keiner Doch, der kommt runter Oh, Luke hat ihn richtig umgehauen Na, der Luke macht das gut, glaube ich Der hat noch gut Leben bei uns Generator zuerst, sehr schön Zweiter Generator tot Also, es ist schon wieder so ein XX gewesen Die spielen wir schon auch zusammen Na dann mal ab zu B Es ist für Dave immer noch bekommen Nein, ich warte Hast du, hast du Ja, das war Hab dich noch ein bisschen geschützt Ja, danke Es sind einige auf dem Dach da oben Ja, oh, das hasse ich Wenn sie so auf dem Dach sind Nein, ich bin nicht mehr reingekommen Schau, warte, warte, warte Kommt man damit ein Jetpack hoch? Weiß ich gar nicht Aufs Dach? Ja, das geht Das geht Oh, hinter uns sind wieder welche Mann Nein, der hat noch gar nichts mehr gehabt Ja, ich glaube, das kriegen wir auch hin Ja, ja Machen die gut, die Helden bei uns Es ist so schön, wenn sie immer rumschreien Irgendwie ich nicht verstehe Die sind immer noch hier oben auf dem Dach Wir schauen, dass sie sich keiner auf dem Dach Ich glaube nicht Nee, da fliegt auch gerade einer hoch Die haben sich vielleicht auch eine Kümmerung Die hier auf dem Dach Aber einer ist hier dann Okay, der ist tot Nee, der ist hier Chebacca Chebacca regelt das Na gut Oh, da kommt einiges reingeschlogen Da kommt ein Sperrfeuer rein Oh, jetzt kommen sie alle von hinten aufpassen Alter Schwede Hätte ich jetzt eine Granate Mein Gott Ja, die haben das sogar noch mal ausgekriegt Da kommt gerade einer raus Das liegt aber eben noch beim Einen Da ist noch einer Na, wo kommen sie denn? Ja, die kommen ja alle hochgesprungen Oh, Mann Von allen Seiten Ah, einer ist das geholt Sag uns was, Heilung Heilserie, geil Irgendwie ist das runtergefallen Sie ist sehr weit entfernt Oh, au, au, au Lohnt sich ja auch immer noch mal in diese Gänge rumzugehen Weil da kommen sie gerne immer angerannt Mhm So einen Gangrundlauf zu machen Ah Ich gehe mal von der Seite ran Nein, ich sterbe gleich Huh, mir hat der gerne in den Rücken geschossen Oh nein, schade Generator zur Stür Jetzt haben wir es Haben wir es? Oh, Dax hat es mal fallen mittlerweile, oder? Ja, ich glaube schon Ah, okay, nein, wir sind bloß im Team Entschuldigung, klar Oh, Mann, Hoffnung Äh Äh Schon jetzt blöd, die Farben auseinanderzuhalten Alles gut, alles gut Zurück zum Ex-Vield-Ratsionspunkt Okay TNT ist noch mal ein paar TNT ist noch mal ein paar Lando halten uns da noch den Rücken frei Ja, aber der Schuh, der hat nicht mehr viel, ne? Also, wenn die nicht hier hinkommen, war's das, glaube ich So, Heilung noch mal ein bisschen Wird knapp Ja Dann mal ab nach Den Ex-Vield- Ab zum Ex-Vield-Ratsionspunkt Finds aber ganz gut, wenn man mal wieder irgendwie unterschiedliche Movi hat Ja Krieg hier keinen Tod, Mann Schießt die alle an, aber keiner stirbt Na, was hab ich denn? Na, wenn du keinen Tod kriegst, ist es doch gut Ja, ja So hab ich das nicht gemeint Nein, ich hatte gehofft, dass er da draußen Oh, 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 oh Oh, die haben dich schon leicht eingenommen, war ja Ach Ach, nein, das ist ihnen jetzt eine Sekunde zu spät Oh, 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 oh hinter mir auch zum verteidigungspunkt gar nicht so schlecht aber es nicht mein erstes das fand ich jetzt schon schwach ich bin auch beim verteidigungspunkt ja ja ich bin mit tnt ist natürlich auch immer da wo die action ist das ist gut um es enthält vorlando ist hier noch ein gehen vielleicht irgendwie ist der party beigetreten gratulation dazu und er ist wieder weg gratulation dazu könnte überhaupt beitreten also ich bin auch davon ein ich habe ihn nicht in meiner freundesliste da kommt der berater und da mache ich gleich die granate rein für den imperator das war übel da war übel ich glaube das kriegen jetzt gleich das lassen wir uns aber sie nicht kriegen irgendwer muss die tür auf weil da kann die reinfeuern und ich will keine aufmalten ist kommen sie die die treppe noch keine chance schade also morgen haben wir den punkt wieder glaube ich oder es kommt aber alle die kommunale hoch nein nein was tun sie doch da kommt da kommt vier mann jetzt aufpassen so ich sehe es das nicht nur von der rechten seite beim sport ausgesehen also einige ja genau da mit sekundärfeuer alter schakalaka aber die haben alle auch heilung egal ihr braucht mehr heilung man kann gar nicht genug heilung haben auch da ist gerade eine von uns draufgegangen ich weiß nicht wer es war ja ich war das ja jetzt geht es natürlich richtig ab werden die namen bleibt noch ist gut ist auch geil wie hier dauerliche leute heilen jeder sich hier die punkte einsackt so muss das sein jawohl dreimal heilungsbonus schon wieder abgeräumt hier und wenn es ist schweißen wir noch eine granate raus kommt ja meistens doch irgendjemand also für soviel schon geil wenn hier wirklich so die krassen schlachten sind naja so auf engstem raum und so ja dann ist es echt cool aber diese großräumigen schlachten das ist immer so gar nicht meins ihr braucht alle heilung das sehe ich euch doch an nein braucht ihr nicht schade wäre ich auch voll dafür gewesen dass ihr die braucht ich habe gerade 50 punkte bekommen also immerhin jetzt weiß ich wenigstens wer die punkte abgebrochen ich war auf der linken seite gerade weiß ich nicht wo du bist du bist vor mir okay wechsel die auch immer nur noch irgendwie rennt er ganz vorne rum das ist natürlich gefährlich sowas weil heil serie gegönnt man könnte ja sonst nix und gleich noch merkmal stufe 2 auch schön gut das geht gut ja hier kannst du die punkte holen ohne ende jetzt alle schmeißen ihre back der sachen na gut 54 sekunden auf keinen fall mehr aus und sie kommen jetzt aber sie haben keine helden mehr oder wir haben sogar noch einen deswegen ja richtig kritisch wird es eh nur wenn sie noch jetzt mit helden kommen würden so ihr habt doch alle schaden bekommen sie probieren sie mal noch sie probieren waren noch haben sie nicht aufgegeben sie geben nicht auf aber das macht ja auch spannend wenn sie nicht aufgeben ja geile runter sind das kann man auf jeden fall schon festhalten eine geile runde aber eine heilung hier rein hauen aber ich habe mal den nebendammt noch mal gut 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 das haben wir das haben wir und noch ein kill gemacht ach ne schon wieder das ist na egal sehen wir nicht so eng jeder punkt zählt 80 Sekunden von hinten auch noch jetzt kommt sie von hinten von hinten von hinten ein bisschen aufpassen okay also von der linken seite meine ich mit von hinten ja sogar noch ein kill gemacht aber wir haben ihn noch nicht ganz den punkt oder doch jetzt haben wir ihn ja gut schöner sieg schöner sie das hat auch richtig gut geklappt ja auch richtig schön rund auf jeden fall wieder fünf zu zehn nachkommen ach komm ach komm an den namen mit null toten richtig gut ja jetzt gut durchgehalten solche leute im team hast dann wird das natürlich auch was war das dieser xd typ und wie heißt der eine der uns da so fertig gemacht hat war das der weiß ich gar nicht nene tnt meinst oder den tnt genau der war es nicht okay ich nähere mich unglaublich schnell der stufe 43 ich bin gerade 56 geworden 21 also ich finde sehr gut wenn ich das alter wäre von meinem level 21 das wird das ja noch schön ja das ist ja noch zeit bei 24 ganz zufrieden mein skill ist auch ungefähr auf stufe 24 überhaupt naja gucken wir mal was als nächstes kommt wahrscheinlich eine rückrunde oder kommt ja dann freue ich mich auf jeden fall auf die rückrunde